Ich bin toll, ich bin ein Wunder. Ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll. Ich dachte als erstes, ich muss die gegnerische Base einnehmen bzw. meine verteidigen. Das war ein bisschen dämlich, aber irgendwann habe ich es dann gemerkt. So und eigentlich wollte ich bei H1 als erstes auf dem Hügel fahren mich positionieren. Da sind aber jetzt schon drei Mediums und natürlich die... Oh, ist das ein Lärm hier. Und natürlich die Jagdpanzer, denn die Mediums, die sollen natürlich nicht campen, aber ich bin ungern mit dem Leo an vorderster Speerspitze. Aber wenn ich sehe, hier sind mehrere unterwegs, dann versuche ich mal vorzustoßen. Das mache ich bei dieser Karte an dieser Position mit dem Leo relativ gern. Es sei denn, ich bin allein dann natürlich nicht. Aber ich wurde auch schon einmal getroffen. So, immer wieder zurück, denn ich habe auch immer wieder Angst vor Artillerie, bloß in Bewegung bleiben. Aber was für einer ist das, der, das Objekt 140, das hat mir diese Position nicht gefallen. Ja, jetzt war ein bisschen scheiße, jetzt ist mir der T3, T34 vor Geflinte gefahren. Das glaube ich aber abgeprallt, okay. So, jetzt haben wir da einen Jagdpanzer, den Jagdpanzer E100 und da hinten auch noch. Aber ich wollte unbedingt vorbei, jetzt ist sogar noch die Kette kaputt. Und der andere Jagdpanzer, der Armee, hat daneben geschossen zum Glück. So, den haben wir ausgeschaltet. Also, das Gute ist ja mit dem Leo und wenn wir natürlich mehrere Mediums sind und da sind Jagdpanzer, bloß schnell umfahren. Denn er kann ja nicht zu jeder Seite gleichzeitig Sicht gehen. Er kann zu einem aufnehmen. Es sind immer noch zwei Jagdpanzer. Jetzt wurde ich gespottet und dann erstmal ein bisschen verstecken. Denn meine Panzerung ist ja scheiße. So, der hat einen kassiert. So, jetzt hat er geschossen, dann fahre ich gleich mal eine Runde. Ich bin gespottet, aber scheißegal, jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, der hat auch geschossen. Das war richtig scheiße, ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaube, da hatte ich Auto-Aimenden, also hatte ich ihn anvisiert. Da habe ich scheiße gebaut, aber ich habe sie beschäftigt und ich hoffe, ich war maßgeblich daran beteiligt, an unserem Vorstoß. Und jetzt wusste ich immer noch nicht, dass wir die Base einnehmen müssen. Ich glaube, es ist mir jetzt erst in den nächsten Momenten aufgefallen. So, der ST1, da habe ich richtige Probleme mit. Den kann ich eigentlich... Also, da beiße ich mir immer die Zähne dran aus. Mit dem kann ich es eigentlich nur aufnehmen, wenn ich den von der Seite treffen kann oder hinten. Ansonsten, also wenn ich da mit... Also, selbst mit dem Leo gegen den ST1, dann... Ne, das kriege ich nicht hin. So, und jetzt haben wir... Jetzt wollen die uns von hinten nehmen, die Feinde. Bei F2 und 1 oder G2 und 1, da sind sie jetzt. Ich glaube, da will ich gleich hin. Alles, kein Durchschlag, doch da hätte einer sein können. Ja, und der Wiederschuss vergeudet. Das ist immer so teuer. Ich habe keinen Premium-Account zurzeit. Das ist richtig teuer Geld. So, und jetzt habe ich den da hinten gesehen. Und wollte mal nach da hinten. Denn ich dachte wirklich, scheiße, sonst nehmen die unsere Base ein. Aber... Dann habe ich es auch gemerkt. Trotzdem wollte ich da den STB1 noch unterstützen. Na, den kann ich vergessen. Ne, ich wusste es immer noch nicht, dass ich die Base einnehmen muss. Dass die Zeit gegen uns ist. Oh, das war auch nicht die Scheiße. Aber ich wollte meine... Meine Ersatzfellkiste oder meine Ersatzteile noch nicht dafür einsetzen. Oha, genau. So, aber jetzt haben wir hier schon wieder drei Mediums, die unsere Seite hier nochmal ein bisschen verteidigen wollen. Und nur noch knappe vier Minuten. Und ich wusste es wirklich nicht. Ich dachte wirklich, wir haben noch Zeit. Es geht darum, entweder die gegnerische Base einzunehmen oder alle zu töten. Also darum geht es ja. Aber ich dachte wirklich, dass... Wenn wir keine einnehmen, kann uns nichts passieren, solange unsere nicht eingenommen wird. Aber den war nicht so. So, den haben wir auch erledigt. Fach 155 ist da noch. Auch nur knappe 2000 Schaden gemacht bisher. Ist auch nicht so toll, aber scheißegal. Also ein paar Schüsse, da hätte ich noch Treffer landen müssen. Dann hätte ich jetzt vielleicht... Ja, dann hätte ich vielleicht knapp 3000. Jetzt ist es auch nicht so toll. Aber ich spiele ja nicht für mich. Ich spiele ja fürs Team. Sozusagen. So, Foch nicht zu sichten. So, und jetzt ist es mir, glaube ich, irgendwann aufgefallen, dass ich unbedingt zur Base muss, dass die angegriffen werden muss. Das war scheiße. Aber ich glaube, mehr Zeit hatte ich gar nicht zum Anvisieren. Ich glaube, meinst du warst. Na, ein Tick zu spät. Aber wie es aussieht, geht es noch gut. Ja, nur noch die gegnerische Artillerie. Unsere haben wir auch noch. Der hat sogar zwei Kills bisher. So, knapp zwei Minuten noch. Ich fahre weiter. Der eine bleibt drin. Das Objekt. Objekt bleibt drin. Musste er auch. Sonst hätten wir die Arschkarte gehabt. Aber ich wollte noch jagen. Ich bin immerhin Leopard. Ich wollte noch jagen. Da haben wir noch Bad Chat. Oder wie das Ding heißt. Scheiß Autoloader. Aber solange mir in meinem Team hilft, ist gut. Gegner sind scheiße. So, Basis. Knappe Minute einzunehmen. 1 Minuten 20 haben wir noch. Das haut hin. Solange da nicht irgendwie ein Treffer reinfällt. Dann dachte ich mir, okay, Base werden wir sicher haben. Dann kann ich noch weiter jagen. Ja, ich kann den Text weiter. Aber ich will jetzt nicht singen. Ich kann nicht singen. So, wo ist Artillerie? Schwer zu spotten. Jetzt wurde ich gespottet. Und dann war die Artillerie auch schon da und sofort kaputt. Do not leave Cap. Ja, bloß nicht verlassen. So, das war das Replay. Wie viel Schaden haben wir gemacht? Ja, 1960 bloß. Also da hätte mehr rausspringen müssen. Aber okay. Das war mal wieder eine kleine Runde mit dem Leopard 1. Und ich mag ihn. Es ist nur verdammt teuer, damit zu spielen. Aber auch mit dem M48A1-Petten. Da wird jetzt auch noch eine Folge kommen. Die Tage. Damit spiele ich auch ab und zu mal wieder. Das macht Spaß. Ansonsten natürlich mit Cosmo mit den Stufe 2 und 3 Panzern. Aber er spielt fleißig. Will sich hocharbeiten. Dass wir denn auch wenigstens mal ein paar Stufe 4 Gefechte machen können. Denn da macht das auch schon richtig Laune. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder vorbeischaut. Bis dann. Ciao.